Zum Besiegen von Ungetümen würde ich eine Armbrust empfehlen. Baut euch ein paar Pfeile dazu. Im Bestfall natürlich eine liederne Armbrust, aber blau tut es auch. Wenn möglich, nutzt den Essenzentisch, um die Armbrust auf Schaden zu verbessern und seht zu, dass ihr, wenn es irgendwie geht, den Kopf trefft, denn da zählen die Treffer doppelt. Viel Spaß dabei! Oh, oh!